hallo wie ist es super ratet mal wo ich bin könnte es erwarten ich drehe mich mal könnte ich bin hier im chayenne hotel und heute abend möchte ich mal wieder im chakbritten café und zwar das leckere buffet testen und sehen wie es heute ist es ist immer sehr toll da also lasst euch überraschen ich werde euch ein paar bilder zeigen bis gleich ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.